Wir haben auf alle Fälle jetzt hier die Handlampen vorbereitet, dass die Kollegen... Also, ich finde ja immer vom Licht her eigentlich nur so eine Art Augenlicht und sonst machen wir lieber die Blende auf und haben hier das Gesamtlicht, statt dass wir jetzt hier die beiden Protagonisten so hell machen, dass rundherum alles schwarz ist. Die Kollegen werden stand-by sein und da, wo es notwendig ist, eine Aufwendung dazugeben. Ansonsten natürlich arbeite ich mit einer Augenlicht, mit einer Viertelblende auf dem Gesicht. Hast du so einen kleinen Harry drauf oder was? Ja, ich habe viele Kollegen überlassen. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Weil, wie gesagt, alle Fälle, die Headlight meiner Meinung nach ein Meter ist ohnehin schon. Ja. Die kann ich...